Willst du mich verarschen, wie lange dauert was jetzt? Jetzt! Echt? Ja! Ja! Oh nein! Ja! Willkommen zu dem neuen Vlog auf unserem Kanal. Irgendwie sieht das so verschwommen aus. What the fuck, Alter? Hallo! Ich meinte im Hintergrund, ja egal. Ja und? Ja, wir sind jetzt in Saturn und suchen für Lukas. Neue Kamera. Und Maurice spielt Pfeffer. Ja, weil das brauche ich langsam nicht mehr. Nein. Und jetzt werden wir noch irgendwie durch Saturn dämmen. Wir wissen ja noch nicht mal, ob man hier überhaupt filmen darf. Deswegen sind wir hier hinter so einem Gerät. Jetzt hier wieder an unserem berühmten Platz. Hinter dem Höfner. Pokémon sammeln. Wir setzen noch ein paar Lockmodule hin. Eke läuft auch. Hi. Hi. Ich spiel grad Pokémon. Das liegt daran, dass ich es... Also... Ich hab einen Nid reingenommen, was ich nehmen darf. Also ich hab das alles so ausgemacht. Ich hab den angeschrieben. Und der ist so, ja, ja. Und jetzt sagt mir YouTube, ich hätte irgendwie noch eine andere urheberrechtliche Störung. Also... Von Elle King, Plank, vor Kieps. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist nicht so ausgemacht. Ich weiß es nicht. Guck mal. Wir fahren jetzt. Wie nennen wir das? Karussell. Karussell. Soll ich mich auf den E-Bahn setzen? Ja, mach du. Nimm die Rucksäcke. Mevin und Celine sitzen da. Ja. Lass. Lass. Das wirst du alleine schneiden. Alter, das ist alles schneller. Der überholt uns nicht. Junge. Willst du aufmachen? Das sieht wirklich gut aus. Hey, du denkst du, du bist schneller. Aber nur langsam. Wir sind gerade hier nochmal auf dem Karussell. Und da ist Celine. Willst du ihre Hand da reinbekommen? Da ist Mäuel und da ist Regen. Hoch die Hände und der Arm. Und wir haben Maurice verarscht, dass wir bei Subway sind. Aber jetzt sind wir, wir waren die ganze Zeit auf dem Karussell. Nice, ne? Hey, guck mal. Lukas? 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 Okay, gut. Er geht hoch. Ihr sollt ein Schwer. Ein Moment, jetzt nicht. Ich sitze. Ein Schweiß, den hab ich ganz bemerkt. Guckst du auch? Das ist schwindelig. Ja? Warum ist der schwindelig, Mervin? Weil ich so doll gedreht hab drin. Ja, das war klar. Leckerlein, schönes Bilou. Und Wasserspray. Wir haben ja einen Bilou-Fan. Jetzt kommt die Zusammenfassung, was wir gekauft haben. Da haben wir gekauft. Also einmal... Bilou. Das Schmier-Schmier ist ins Gesicht. Dann einmal Wasserspray. Nochmal, los! Das da, was ich euch gleich zeigen werde, ist unser neues Geheimvorsteck. Oder auch unser neuer Lieblingsort. OsER speaker. Ein начer. Wenn ich euch gleich wieder fahre, wofür. Was ist dein Lieblingsort. Das ist ein Lieblingsort. Und wenn ich mich trage, die ich bin, kann andersrum nicht der, ist. Was ist dein Lieblingsort. Oh, das ist ein Lieblingsort. Bis zum nächsten Mal.